Pavel Dotschew, Trainer von Viktoria Köln. In der Winterpause dürften Sie jetzt Gelegenheit gehabt haben, die Hinrunde etwas aufzuarbeiten. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen? Also die Vorbereitung war schon mit Licht und Schatten. Wir haben richtig gute Spiele gemacht und auch ein paar nicht so gute Spiele. Wir haben keine Kontinuität geschafft reinzubringen. Nichtsdestotrotz kann ich bis Kleinigkeiten nicht zufrieden sein, weil die Mannschaft hat gut trainiert, gut gearbeitet. Wir haben viele Sachen umgesetzt, die wir umsetzen wollten. Ich denke schon, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir jetzt starten können. Wir haben noch eine Woche Zeit, müssen wir diese Woche sehr gezielt, sehr konzentriert arbeiten, auch die Fehler von heute natürlich aufarbeiten, analysieren und für das erste Spiel in Chemnitz natürlich alles viel, viel besser machen. So viel Zeit werden wir nicht haben. Wie zufrieden sind Sie mit den getätigten Wintertransfers und werden Sie nochmal in dieser einen Woche jetzt personell nachlegen? Also ich bin sehr zufrieden, dass wir geschafft haben, uns zu verstärken und Qualität zu gewinnen. Was man aber auch deutlich sagen muss, das ist jetzt nicht per Knopfdruck, dass man sofort jetzt alles geschafft hat. Wir müssen auch die Leute schnell integrieren und das ist auch wichtig, dass wir auch mit ein und anderen Spielern ein bisschen Geduld haben. Bei André Weiß zum Beispiel hat er sechs Monate nicht gespielt, also Leverenz genau das Gleiche. Es ist auch Spieler, der Qualität hat, aber er hat auch die letzten sechs Monate auch nicht regelmäßig gespielt. Also wir müssen schon bei ein oder anderen Spielern ein bisschen Geduld haben. Und man hat auch gesehen heute, dass bei Lars Dietz, wo wir alle wissen, dass er wichtig für uns ist und auch guter Spieler ist heute, hat er selber eher seine Probleme gehabt mit Timing, mit Antizipieren und hat auch ein paar Stellungsfehler gemacht, die zum Gegenton geführt haben. Also das heißt, wir sind jetzt nicht auf 100 Prozent, aber wir sind auf sehr gutem Weg. Sie sagen es schon, Sie sehen sich auf einem guten Weg. Was stimmt Sie insgesamt optimistisch, dass Sie die Rückrunde positiv gestalten werden? Ich bin mir sicher, dass wenn wir das mit dem defensiven Verhalten, mit unserem defensiven Verhalten stabilisieren und auch die Fehler hinten abstehen, vor allem die individuellen Fehler, die zum Gegentor führen, dann werden wir auch unsere Punkte holen. Vor allem unser Problem ist ja nach wie vor die Defensive. Und wir haben auch versucht, jetzt in der Winterpause auch da uns zu verstärken. Und natürlich funktioniert das jetzt die Maschinerie nicht hundertprozentig, aber ich bin mir sicher, dass wir für die Meisterschaft schon die Fehler langsam so, dass wir sie abstehen können und dann auch endlich mal auch Spiele gewinnen mit 1-0 oder hinten zu 0 spielen. Und das muss auch das Ziel sein. Wir müssen das Mannschaft besser verteidigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.